Hi, ich bin Dunari oder auch Luna, 20 Jahre alt, wohne aktuell in Aachen und streame ab sofort zu big. Aktuell streame ich hauptsächlich Mobile, also hauptsächlich Clash Royale, aber auch Community Games, immer mit der Community zusammen wie Gartic oder Skribble. Und manchmal auch League of Legends, hab auch schon mal Wild Rift gemacht, also so ein bisschen Querbeat, aber hauptsächlich Mobile aktuell. Also, ich bin einmal Erster, auch wenn es nur für einen kurzen Moment ist. Können wir es kurz appreciaten? Es wird nicht so schnell wieder passieren. Ah, fuck. Das ist ja schön. Ich hab ein Ballsy Play gemacht, ich bin unter den Tower geclashed. Das holen wir nie im Leben. Nie im Leben. Das kann nicht sein, dass wir das jetzt holen. What are the Chances? Nein, 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 nein. Nein, 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 nein. 200 haben wir... Oh mein Gott. Ah. Oh Gott. Das ist doch schmied. Luna, ich hoffe, du nimmst einfach kein Tier. Nein, das ist so eine Scheiße. Ich hab nur Kackwörter. Ah. Die Farbe ist wichtig und das Muster ist wichtig. Das ist egal, ob der einen Kopf hat oder nicht. Komm, der war wunderschön, Geist. Der war wunderschön. Es ist so bratwurst. Ich... Das... Die Farbe! Ich ... that war wunderschön. Untertitelung des ZDF, 2020